Und die Bombe platzt, ja, die platzt. Bei mir sind es jetzt nur 24 Grad, eigentlich gemütlich. Was habe ich denn gerade draußen? Hier drinnen gefühlt auf jeden Fall auch. Ja, draußen auch, 24. Ich habe morgens schon ein T-Shirt und kurzer Hose am Vorn. Könnte ich nicht. Maximal vielleicht ein T-Shirt.